Der Sinn des Lebens Teil 2 Wachsen und Lernen Und erspähten sie zweimal die Kamele vor der dritten Stunde. Und so zogen die Midia-Termiter weiter nach Ram-Gilead in Kades-Bilgemas über Sor Esra-Regalion zum Haus von Gaat-Bilbetuel-Bazola, der die Butterschale zu Balthasar brachte und den Zeltpflock zum Hause von Raschomon. Und dort töteten sie die Ziegen für wahr und warfen deren Fleisch in kleine Töpfe. Hier endet die Lektion. Lasst uns preisen den Herrn! O Herr! O Herr! Du bist so groß und mächtig! Du bist so groß und mächtig! So absolut riesig und gewaltig! So absolut riesig und gewaltig! Donner Littchen, wir sind alle unheimlich beeindruckt hier unten. Also ehrlich, das kann ich dir sagen. Donner Littchen, wir sind alle unheimlich beeindruckt hier unten. Also ehrlich, das kann ich dir sagen. Vergib uns, o Herr, für diese unsere schreckliche Arsch-Kricherei! Für diese unsere schreckliche Arsch-Kricherei! Aber du bist ja so stark! Lass es mich einfach kurz sagen! So super! Einsame Spitze! Amen, Herr Würde! Amen! 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 Vielen Dank.